Was jetzt insgesamt heute alles geht wird, da müssen wir mal so eine kleine Vorstellung haben. Fladenbrot vom Grill mit Steak und einem tollen Salat und dazu so eine amerikanische Mais-Soße. Dann mit Kustus gefüllte Tomaten, mit Ziegenkäse, mit Federkäse. Jetzt gibt es weitere noch für Sie dann zum Essen, Saddee von Riesengarnelen mit Zitonengras auf exotischem Früchte-Lauchsalat. Dann Muschel, Dorteiline, Eintopf, das heißt wir kochen auf dem Grill den richtigen Eintopf, indem wir Muschel, Dorteiline, alles zusammen in so eine Alu-Schale machen. Jetzt gibt es Zedorf im Speckmantel mit Zitonengras-Polenta. Dann gibt es ein gegrilltes Kassler, das wird eingestrickt mit Pflaumenmus und wird das in Spitzkohl eingewickelt und dann gegrillt. Und dann gibt es Lachs im Bananenblatt. Und das alles kann man ohne Probleme ganz entspannt auf einem Grill zu bereiten. Und es gibt zum Dessert einen Schokoladenkuchen zu den Backen, die auf dem Grill mit einer Mank-to-Manko-Rombos. Die Gitarre im Mediode. Untertitelung des ZDF, 2020